Da ist noch ein Durchgang Da ist alles voller Lava, hier müssen wir ein bisschen aufpassen Zack Zack Wie viele Pfeile habe ich noch? Ach, drei Stück, scheiße, lohnt sich nicht Da lang zu gehen Um eventuell einen Schädel zu bekommen Ne, das stimmt, das lohnt sich nicht Das lohnt nicht, Alter, das lohnt überhaupt nicht, das haben wir Da ist er doch Da ist er Ich habe ihn gefunden Ich bin zu Hause Korrechte Tränen in den Ohren Ei, ei, hinter dir So, alles klar, tschüss Alter, hier ist ein Gast Doch, blöd Ich geh jetzt einmal Wie sieht das denn hier aus? Was denn? Oh Hier fehlt doch die Hälfte Wo ist denn ein Feuerzeug? Du hast da ein Feuerzeug gehabt Habe ich dir hemmen gelassen Na ja, gut Da hemmen Also zu Hause Für die Zuschauer Sicherheit Das ist geil Man ist hier nicht sicher Hier sind Creeper Ja, ich baue das nicht gleich noch mit um Sicher ist das dort, ne Weil ich habe keine Türen und so Ich wollte aber kein Eisen verschwenden Ach, das hast du richtig nach Hause gebracht, das Zeug Ich habe alles nach Hause gebracht Bis auf das, was da noch in der Kiste ist Das hat mir reingepasst Oh, Alter, was machen die ganzen Creeper hier? Hier oben ist was los? Geht weg Ja, da oben von meinem Gang musst du dich behüten Ja, ja Geht gar nicht weiter dort So, dann kann ich anfangen Die Mine oben ein bisschen umzubauen Bevor es da nur noch in die Tiefe geht Werden wir da einige Räume reinzimmern Das dort wieder schick machen Ich habe die Schnauze voll Ich gehe jetzt auf die Bank Die letzte scheiß Spitzag ja noch Ach, wo tun wir hier was rein? Hier ist alles voll Ja, wir müssen die scheiß Lager machen Ich setze auf jeden Fall Ich werde es auf jeden Fall Före mir das machen, denn Dieser scheiß Deck hier mal noch voll werden würde So, jetzt haben wir genau Anderhalb Stack Close down Tschüss Dann weg hier Nur noch mit Und tschüss Wo ist jetzt das Feuerzeug? Das ist reingestockt In der Kiste Welcher? Ach, da oben Ich habe es gerade gefunden Äh, Feuerzeug Wird zwar nicht das Feuerzeug sein, aber Hier ist alles für Granit Und hier haben wir niedergedöhnt Gut Ich habe auf jeden Fall auch noch Sechs Niedersteine Äh, sechs Stacks Niedersteine abgefahren Ich mache mich da nur gleich erstmal einen Bau hier Ich werde das gleich mal hier oben umbauen Äh, brauchen wir, äh, Close down Staub? Oder kann ich das gleich umarbeiten? Ja, den brauchen wir Gut, dann lasse ich dir Wenn wir Melonen haben Also, bau nur Mach nur so viel, wie du brauchst Ja, nein, ich habe auch noch halb Sek insgesamt gemacht Das reicht So, dann bauen wir die Wiener um Der Haufen ist satteln Furchtbar Ich habe wohl schon Niedersteine in den Ofen getan, ne? Hm, ich Also, guckt habe ich noch nicht, aber Hättest du mal die Ofengut dafür rausnehmen müssen Bevor der was macht Ne, der Ziegel Oh Wobei, den wir eben vergessen, ne? Passiert, Alter Was haben wir sonst noch so für Steine? Da haben wir auch schon richtige Steine gemacht, ne, ne? Ne, da kann ich auch noch was reinschmeißen, wenn du möchtest Ja, das wäre nicht schlecht, weil das finde ich toll Wäre schon geil hier mit Ich werde hier mit Nen, ne, äh, mit Röhm Insvedal Ne, nur mit Cobblestone arbeiten, sondern, äh Noch ein paar, noch ein paar Steinziegel Finde ich irgendwie noch ein bisschen besser Oh, ich habe was gegessen So Jetzt haben wir zwar noch genug, aber jetzt muss ich erst mal Zurück So, das funktioniert alles Ein Gang Und dort geht's, ein Gang Das klang nicht nach nichts So, das ist So, das ist So, das ist Alter Ach ja, ich treib nichts Hast du gesagt, ich mach nichts? Oh, weg ist sie Gib mal zwei mit Dann können wir So, nochmal noch besser So, und diese Und diese Birkbench Hart verbaut So, das geht's 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 So, dann setzen wir hier so eine Tür hin So, das geht's 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 Langsamer Oh, dieser So, das geht's 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 Und außerdem kann ich normalerweise das hier gleich mal aussparen Sollte man eigentlich schon fast genug haben So, dann müssen wir das Drogen gleich mal mit und das Schande sieht auch gleich Dann machen wir das halt anders Und das kommt hier so weiter hin und dann geht das auch so in Gang So, nochmal platzisch noch nachlegen Okay Du musst so drinnen lassen Das weiß ich auch wieder, warum er so viel brauchte Weil die ja erst Ziegeln machen Ja Inselne Richtig Deswegen war das so Deswegen brauchte sie so viel von dem Scheiß So, wenn ich immer hier bin, kann ich mich auch gleich mal hinlegen, ne? Kannst du machen Und schon, wo bin ich eigentlich am Weg bauen, ne? Ja, das ist so geil Schau mal weg, Bart Ja Nicht drüber nachdenken Ja, ich mag Wege Jetzt hab ich keinen Schaufel mehr Schön So So Zieht So, dann kommen wir gleich mal hier rein Den brauchen wir später Den Antisidio, den Dorit bitte nicht als Abraum verwenden Nee, mach ich ohne Ich guck bloß, ob wir hier irgendwie noch Kies oder sowas haben Nee Den brauchen wir noch Von Boden Mist Denn ancest Und wir sagen Ja, hier, wie viele Schaufel, ne? Hab schon alle ungolphSE Nee, zu немножко hat wieder kleiner kies ist das und sonst muss schon auf welchen holen das fisch nicht mehr ansonsten guckst du mal in die truhe am am körper da ist nichts mehr drinne da hatte ich habe ich noch hier ist auf dem niederzeug was ist das hier seelensand ja ich kann nur seelensand auslegen so ist es nicht 55 kies reicht nicht aber ist ein anfang das ist im niederlich ja genug rum von dem gelieb ja deshalb sag ich ja ruhig halt noch mal was ab und gehen jetzt kann man es ja lass mich durch platz da scheißt warum kann ich eigentlich keine kattaffel fördern und ganz normal weiterlaufen keine ahnung er ist halt ein mann da kann jetzt weh was auf ee machen das ende kann er dann nur du hast du da das war jetzt das war jetzt nur so daher philosophiert naja ich philosophiert ja auch gleich mal irgendwas dahin warum habe ich eigentlich ein kleines mitgenommen ich ne weil du so bist wie du bist du 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 duine das wächst schon und das war die scharfe ich hab doch eisen mit großes kino ich hätte ja auch noch was bringen können sogar ist nicht gewesen ich hab also in meinem inverter gewohnt dann ist ja gut und da kiesel kann man das loch hier noch stopfen und das hier cool nee das war zu viel das ganze lalalalalala ich hab auch noch ein bisschen kies gefunden ja ich komm sowieso zurück ich muss ja eh was abbauen gehen so ist es nie jetzt stehen hier langsam geschwege fetzt das ist so die fröhre wie weit ziehen wir das ich würde sagen wir ziehen jetzt ein stück auch mindestens drei kamen drei braune pilze und warzen die werden am besten mit eisentüren versehen auf was wachsen die denn am besten eigentlich auf diesem äh pilzzeug oder kann das sein eigentlich ja dann müssen wir ja eigentlich wir wissen ja wo die pilzinsel ist naja wir wollen doch sowieso dorthin wir müssen doch theoretisch dann nur dort die erde mitnehmen das mützel oder wie ist das nicht mützel genau aber da brauchen wir glaube ich eine synthatsch synthetatsch schaufel hm hm bin ich ja schon fast gewollt das hier so zu machen aber sehen ob das so wird und hier ist gleich ein verdammter falscher stein ach zack zack und den so hm und ein bisschen struktur hineinbringen damit nicht alles so gerade aussieht die tieren müsste auch immer mal ja so die tieren habe ich jetzt eingesammelt einwand frei da haben wir das das hast du schon zu dem verarbeitet das ist schön das ist toll hier ist kein kies mehr hm wie lösen wir denn das jetzt verfilmen wir das eh vor so und zapp zapp so besser geht's besser hm hast du hier noch kies reingetan oder wo hast du es hingetan du hast gesagt hast du noch kies gefüllt so 19 gut ich habe auch noch hier will erde ne erde brauche ich keine da habe ich selber noch jetzt zum beispiel ja ich brauche bloß kies ich bin doch kies geil weißt du doch nur schatter ist das richtige das hat auch nur aufs schatter aus den ganzen anderen stöss den kannst du behalten gut die schaufel habe ich noch dann gehe ich mal Richtung adios survival walls und willkommen survival nator never tschüss was was ich bin immer das ist ja jetzt der vergiss mich tschür gewesen immer durchgelaufen und vergessen was ich wollte der vergiss mich tschür ja dies äh hast du dir gesagt hier in der nähe gibt es gleich einen hofen kies allgemein im nähter gibt es viel kies eigentlich ach so ich habe das so verstanden in der nähe ist kies wo es irgendwo so kies fällt und geht los du bist lustig ich höre nur stöhnen und so ein zeug da geht es richtig tief aaaa sag ich doch fuck gast lass mich in ruhe aua aua oh hinter mir knallts hinter mir knallts und schlägt es ein ich gehe zurück äh echt kreuz ich kann mich mal kreuzweise hier haben wir noch was drinne wo ist es denn ne sch Gibt's nie noch irgendwo anderes Kies? Ja, du könntest da unten in der Mine Stripmine gehen. Und hoffen, dass du da auf ein Kiesfeld stößt. Aber weißt du, was ich da mache? Hey, jetzt ist so alles verändert. Wo ist denn hier die Diamantspitzhacke? Glaub ich einstecken. Gut. Stripmining. Ich könnte auch das Loch weiter geradeaus machen, aber da müsste ich ja jetzt ewig kalten erst mal dorthin laufen. Nee, machen wir Stripmining am Anfang. Und das lohnt sich doch. Dann müssen wir ein paar Rohstoffe rausholen, weißt du was, Schmin? Wäre schon ganz sinnvoll. Ich habe aber natürlich gerade keine Fackeln eingesteckt, na. Ich straddle. Da oben ist noch Zeug in der Kiste. Ja, ja. So, warte mal. Hä? Wieso habe ich hier... Ich habe eine Fackel. Ja, dann mache ich das wieder. So, ich erinnere mal. Abbauen, anbauen, abbauen, anbauen. Ja, ja. Ich sagte, der Bruder verleckt mich. So ungefähr. Toll. Ich brauche Kies, ich nenne nur Stein. Ich brauche Kies. Oh, diese Untertage-Videos. Furchtbar. Tja, was willst du machen? Auch wenn so ein Trottel kommt auf die Idee, Kies zu wohnen. Weil unbedingt Wege brauchen. Ja, sieht schön aus. Furchtbare Angewohnheit. Ah, hier ist immer Risch. Ich habe nichts mehr gesehen hier. Diamantos. Diamantos viele. Ich brauche jetzt erst mal Kies. Ich brauche jetzt erst mal Kies. So, ich brauche jetzt noch meine Fackel. Wir graben uns hier lustig voran. Naja, ich weiß ja nicht, ob das so lustig ist jetzt so. Das ist ja anstrengend. Warum kann man eigentlich aus Bruchstein Kies machen? Aus Bruchstein? Man müsste es ja bloß klär genug zermürben und zermalen. Das ist wie? Ja. Theoretisch, ja. Ich muss überlegen, wie richtet man die Scheiße ein? Da schreibt irgendeiner drunter, das geht schon seit Ewigkeiten. Noobs. Dätscher feiern. Das glaube ich nicht, dass das immer schreibt. Das zählt ohne, wenn du das schreibst. Das glaube ich nicht, dass das immer schreibt. Wenn ich jetzt einen Teil der Kiste abbau, kriege ich dann auch die Kiste. Nee, du kannst erst mal anfangen zu sortieren, was du haben willst. Weil. Eigentlich das, was Schnee will. Kriegst das, was gerade dir vor die Füße fällt. Und das ist meistens nicht das, was du gerade haben möchtest. Das ist mir wichtig. Ich glaube nicht, dass du hier bist. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020